Was geht ab liebe Leute? Willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir machen direkt hier weiter und los geht's. Hätt ihr nochmal Bruce, äh, äh, Bruce sag ich schon, Jason nennen können. Hey, diesmal hat er es direkt gesehen. Respekt! Gas, Alter. Oh man, ich dachte alle guten Dinge sind 3 und nicht alle guten Dinge sind 4 neuerdings. Du wirst battlen, während mein Stiefel dir im Nacken setzt. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Alter. Oh, das wird nix. Nee, das wird nix. Scheiße, Mann, die Drohne. Ich dachte, ich könnte es schnell, schnell machen. Jetzt sind wir quitt, Bruce. Wow. Wow, Junge, wow. Heul, Suse. Ja, also eine Drohne, zwei Geschütze. Da muss ich mich wahrscheinlich wirklich selber heranschlächen und die Drohne ausschalten. Ich habe keinen Arzt vor dir, Bruce. Für mich bist du keine Legende. Schlechte Idee. Jason wird mich sehen. Du wirst dich gewinnen. Diesmal nicht. Kannst du dich vor mir nicht verstecken? Kannst dich nicht verstecken, Bruce. Nicht vor mir. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Komm, wir haben es. Yes, wir haben es. Du bist Robin, Jason. Nicht das, wozu er dich gemacht hat. Stopp! Sofort damit auf! Mach auf! Pass auf! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht landen wir eines Tages wieder dort. Joker, Joker, Joker. Nee, nee, nee. Mit der Maske können wir nichts machen, oder? Hol mich hier raus, Batman. Wir müssen zu Scarecrow. Ja, du musst mal gar nichts. Siehst du, wo das endet? Wir müssen aufs Dach gelangen. Scarecrow ist da oben. Was ist passiert? Ich habe Crane verfolgt und wurde geschnappt. Jim, das mit Barbara tut mir leid. Muss es nicht. Bring dir das hier zu Ende. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Jim, vorsichtig. Oh, Mann. I don't know. Was ist es? Was? 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 Guck mal! Und jetzt? M оченьno! Ah! 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 Na, na, wohnt man? Waaah! Guck mal! Guck! Guck mal! Guck mal! Du brauchst sofort Hilfe! Hat jemand Fragen? Irgendwelche Fragen? Wo man es lernt? Ich weiß es nicht. Zu krass einfach. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Alter, wir zocken doch jetzt nicht wirklich das Spiel durch oder doch? Ich wollte noch ein paar Missionen machen. Riddle auf jeden Fall noch. Kommen wir hier nochmal raus? Scheiße. Nee, ich hoffe aber nicht mit dem, äh, mit dem toten Jim, Alter. Jim, ich wollte nur sagen, mit Barbara zu arbeiten, war eine Ehre. Nicht. Auch wenn du gewusst hättest, was sie tut, sie war nicht aufzuhalten. Stur wie ihr alter Herr. Tapfer. In diesem Job erlebt man so viel, so viel Schmerz, so viel Leid. Aber nie werde ich die Zeugenaussage des achtjährigen Jungen vergessen, der gerade den Mord an seinen Eltern miterlebte. Du warst freundlich, Jim. Ach, ich dachte, ich kriege vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu. Es tut mir leid. Du musst dich nicht. Wir erinnern uns, Bruce. Wir würden alles für unsere Nächsten tun. Das war's. Boah, Leute, ey. Die letzte Folge, die Folge, die sind doch krass, oder, Leute? Eieieiei. Wäre super, ey. Lass uns auf jeden Fall ein paar Likes hagel, wie die Fäuste von Batman. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Mit die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Nee. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Barbara. Alles in Ordnung. Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Höhöööööööööö. Hehehehe. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr! Nein! Nimm mich, bitte! Sie willst du doch gar nicht! Nimm mich! Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Komm schon, Jason! Jason! Ich dachte, Jason kommt. Edmund ist so krass. Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen Sie ihn hin? Wo ist das Batmobile? Zerstört. Hat's? Und ich dachte, Jason hat irgendwie noch ein Funken Gutes in sich. Und kommt da. Und weiß? What? Boah, was geht? Was geht ab? Ich muss in Reichweite der Fernsteuer rumbleiben. Na, mach mich nicht voll, Batman. Mamba drohen Panzer und durchschlagen. Mamba offline. Mamba zerstört. EMP-Ausstoß ermittelt. Fahre Drohnen-Systeme neu hoch. Alter, Junge. Ich muss in Reichweite der Fernsteuer rumbleiben. Primärziel hat Diamondback getroffen. Panzerung ist durch Diamondback zerstört. So. Woa, 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 woa. Einheit in Oldenburg verließt.